Um die vielen Strapazen auszuhalten, muss man sich und seinen Körper mehr als nur ein bisschen fit halten. Seit seiner Kindheit absolviert Jackie ein hartes tägliches Trainingsprogramm. Jogging 3 bis 5 Meilen pro Tag, Liegestütze 5 mal 10, Taschenmesser 5 mal 20, Gewichtsübungen, alle Körperteile, schnelle Wiederholung mit leichten Gewichten, Kampfsport, schnelle Wiederholung, einfacher Bewegungen, Philosophie, weitermachen bis zum Umfall. Besonders beliebt sind Übungen für die Bauchmuskulatur, zum Beispiel Sit-Ups, 2002, 2003, 2004 und natürlich immer wieder unzählige Schlag- und Trittkombinationen. Ich glaube, das ist ein Teil meines Geheimnisses. Ich bin jetzt Mitte 40, aber ich bewege mich wie ein 25-Jähriger und kämpfe wie ein 25-Jähriger. Dieses Training ist für mich besonders wichtig, weil ich in meinen Filmen, meine Stunts und meine Kampfszenen alle selbst mache. Für all die Verfolgungsjagden und Sprünge muss ich einfach erstklassig in Form sein. Dafür muss ich sehr hart trainieren. Das ist oft nicht leicht. Zum Beispiel die Schläge. Schlagen und treten. Der Körper muss geschmeidig sein. Abrollen gehört auch dazu. Das ist wirklich hart. Aber ich denke, selbst wenn Sie kein Filmstar sind, sollten Sie Sport treiben. Sport ist wirklich gut für Ihre Gesundheit. Jackies Training hat sich bezahlt gemacht, wenn man bedenkt, was er seinem Körper seit 25 Jahren antut.